Die Name-Tags in Minecraft, also die Namen, die ihr zum Beispiel über den Kopf eurer Skins tragt, die sind manchmal echt ganz schön verräterisch und deshalb zeige ich euch in diesem Tutorial von Verminders 07, wie es möglich ist, hier, wie beim Finincius, den Name-Tag über dem Kopf auszublenden, um somit unerkannt und versteckt und im Verborgenen zu bleiben. Hallo, liebe Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tutorial von Verminders 07 und jetzt werden wir mal Finincius zu einem Art namenlosen Minecraft-Charakter machen, indem wir dem Name-Tag, der über seinem Kopf hängt, einfach so entfernen werden. Das machen wir mit Hilfe der Scoreboards und Team-Optionen. Anders ist das Ganze leider nicht möglich und deshalb zeige ich euch jetzt in diesem Tutorial, wie das funktioniert. Dafür geben wir ein Slash-Scoreboard und jetzt Teams, denn wir müssen uns mit den Teams-Optionen beschäftigen und jetzt in diesem Fall haben wir noch gar kein Team, also müssen wir eines erstellen. Das machen wir mit Scoreboard-Teams-Add und jetzt geben wir einen Namen für dieses Team ein, in diesem Fall nenne ich das einfach mal Name oder Name in diesem Fall und dann haben wir hier ein neues Team namens Name erstellt und diesem Team müssen wir natürlich nun dem Spieler zuweisen, der lieber unerkannt bleiben möchte, also unser lieber Finincius in diesem Fall. Jetzt nutzen wir dafür den Command-Scoreboard-Teams und jetzt natürlich Join, wir betreten also das Team mit einem anderen Spieler, Join das Team Name und jetzt brauchen wir natürlich noch den Finincius, der jetzt zum Team Name hinzugefügt wurde. Unsichtbar ist sein Namensschild allerdings immer noch nicht und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Jetzt geben wir nämlich Scoreboard-Teams und jetzt weder Add noch Join ein, sondern Option und mit Option können wir jetzt festlegen, für welches Team diese Option festgelegt werden soll und das ist natürlich wieder unser Team Name und natürlich auch benötigen wir die richtige Einstellung und das ist Name-Tag-Visibility. Name-Tag-Visibility kann man zum Beispiel auf Never setzen, das werden wir nachher auch tun. Never bedeutet also, dass der Name-Tag nie angezeigt wird. Hide for Other Teams bedeutet so viel wie, wenn ihr in einem anderen Team seid, dann nehmt ihr den Name-Tag von Finincius nicht wahr, Hide for Own Team. Wenn ihr also auch im Team Name oder im Team Name seid, dann würdet ihr den Name-Tag von Finincius ebenfalls nicht sehen oder Always, dann wird er immer angezeigt und eigentlich bringt das Ganze hier auch nichts, denn generell wird der Name-Tag ja eh immer angezeigt. Jetzt wählen wir allerdings Never, denn dann wird er niemals angezeigt und wenn wir jetzt Enter drücken, verliert Finincius seinen Namen und steht plötzlich als namenloser Charakter direkt vor uns. Das Coole ist, auch wenn wir uns zum Beispiel mal in den Untergrund begeben, werden wir nie seinen Namen sehen. Man kann sich also ganz unbemerkt an jemanden heranbauen und dann aus dem Hinterhalt angreifen, je nachdem, was ihr damit vorhabt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr aber auch noch andere Dinge in Minecraft deaktivieren, wie zum Beispiel die Koordinaten, die sich im F3- oder Debug-Modus befinden, hier auf der linken Seite und wie diese sich deaktivieren lassen, das haben wir euch schon gezeigt und zwar in dem rechts verlinkten Tutorial. Oder ihr klickt euch direkt einfach mal in die Erklärung zu diesen ganzen F3-Einstellungsmöglichkeiten und was wird uns da eigentlich angezeigt. So viele Informationen, die strukturieren wir euch klar in dem Video direkt darunter. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde mal sagen, versteckt euch gut, denn ihr habt ab sofort keine Name-Tag mehr.